ich bin falsche richtung super am anfang da bist du jetzt verdammt weit weg von uns würde ich mal behaupten das weifel ich ja irgendwie was das am anfang ist ja ich nicht wenn sie gerade bei der treppe ist ich versuche jetzt wieder in die richtung von euch zu laufen okay ja ja oder ist es okay ist es ja schon da und diamanten guckt so gern so ich glaube ich bin auf dem richtigen blick ein diamant zwei diamant drei diamant vier diamant aber sowas kann ich nicht leiden hier ist was kannst du nicht leiden die ganze zeit immer das laberzeug weg machen muss und dann findet man da auch die ganze zeit nichts ich muss keine mehr sprich muss ich ein bisschen holz machen dann machen ein bisschen stickies und dann machen wir ein bisschen fackelies und ich habe auch keine kohle gefahren deswegen habe ich nur acht kohle mit naja reicht das mal ja ich habe jetzt ein stollen gefunden da kenne ich nämlich nix und christstollen ich habe mich voll verlaufen ich finde euch nicht also ich glaube mich wirst du eh nicht mehr finden mich glaube ich auch nicht mehr in so tief vergraben in einem cave hier wenn man schon stollen findet also entweder man findet ein stollen sofort oder man findet ein stollen irgendwann nachdem man schon was weiß ich wie lange in einem cave rumgelaufen ist okay ich bin in den stollen auf bedrock höhe ein stollen war jetzt ein Mino oder was ja so ein stollen okay ich wundere mich über die physik wasser und lava nebeneinander und so ja das wir auch ehrlich ist es kommt ein fluss runter wo ja habt ihr das gesehen zufällig riesiger ich sehe den michel ohne herlaufen da unten ist er lol ich sehe den namen durch die wand weiter weg oder ne guck mal Richtung süden und dann bisschen hoch warte mal warte 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 ich komme noch ein bisschen näher da bist du ich habe mich jetzt zu dieser nacht und soll ich mich mal noch hier runter kram ich sehe dich nicht läuft lieber weg ich hasse das in einem cave zu sagen ich hasse das so ne aber wie wir uns gefunden haben hier ah tadaa hehehe nein oh mach bloß nix ey hau ab lass es was machst du denn da da ist lava drunter man das sehe ich hast schon einen verloren ne ja weil ich dachte so boah jetzt kommt der Pisa hier weißt du wir sind doch sowieso unser Diamanten egal ich hasse das aber wenn man zusammen rumläuft hast weil dann ist das langweilig über die ganze zeit sachen zusammen findet und man nie was alleine findet das ist langweilig kannst du nicht mal ist ja so lang ist ja langweilig oder sehe ich das falsch nein dann sieht das wenigstens alle zuschauer ach das verstehst du nicht mein wenn ich jetzt Diamanten finde und du Diamanten finde dann na egal dann haben wir mehr Diamanten das ist einfach effektiver wenn man nicht zusammenläuft ein Schock ey was ist los Lena da hat sich ein Creeper von hinten angeschnichen und ist explodiert jetzt sind wir ja schon wieder am gleichen Stollen da könnte ich schon wieder kotzen da ist für mich der Stollen schon wieder so uninteressant geworden wer ist er dann guck dann laufen wir jetzt seit dann denk ich ah jetzt hab ich was gefunden wo ich noch nicht war na guck ich ah fuck war da Alex schon das war aber klar dass ich irgendwann hier rauskomme wir sind ja in die gleiche Richtung gelaufen aber der ja nicht ich bin nach Osten ja ich doch auch hä? ja dann hast du die Richtung gewechselt nein ich suche jetzt eine schöne Stelle und buddel mich einfach hier weg ok? nein läuft da einfach in eine andere Richtung äh ja hier gibt es ja nicht so viele Richtungen an der anderen Seite ist ja alles schon ausgeleuchtet ich geh jetzt hier hoch wo Mg ich seh euch nein kommt hier auch noch ist ja der Wahnsinn wo siehst du uns wo bist du denn? ich bin hier oben hier ist auch ja hier ist überall äh Höhle ah ja ok ich bin jetzt schon gleich höher gegangen finde ich zwar keine Diamanten mehr aber ich hab den Mitchell da unten in Ruhe gelassen sonst heult er wieder rum der Mitchell ja ist doch so ja ist ja auch so warte mal ich finde das ist einfach uneffektiv wer soll warten von uns? ja oh jetzt bin ich wieder unten toll ah da hinten ist dein Name ich seh dich meiner? ich glaub es war deiner der Mitchell ist in die andere Richtung gelaufen glaube ich sicher bin ich mir aber nicht warte mal warte mal ja das bist du warte äh ich grab mich durch hä wo bist du denn? äh boah hier war der Alex auch schon scheiße ich bin gar nicht mehr bei dir ich bin da weg gegangen ja wenn ich 10 Fackeln gesetzt habe bei dir in deinen Dings dann war das viel ja aber du warst ja nicht weit von mir was ist das denn jetzt hier vor allem höre ich hier gerade so ein Wind als wäre ich irgendwo auf dem Berg ja vielleicht auch wo dein Name kommt näher meiner? hallo du kantra hallo guck mal hier hinten ist auch noch oder wo bist du jetzt hingegangen? da waren auch noch kein ja hier was? hallo hier hallo ja was denn da unten bin ich noch hergekommen wo denn hier unten? ja ja triffst du irgendwann auch Mitchell dann kannst du ja lang gehen wenn du willst und da oben warst du auch schon ne hier oben gehe ich ja gerade hin jetzt gehe ich gerade in eure Richtung weil mir ist nichts mehr bin vor Wut da weg gegangen jetzt bin ich bei dir ach hier war ich ja gerade im Prinzip auch schon mal hallo hallo Mitchell was machst du denn hier in meinem Cave in deinem Cave kannst du dich am Arschleck hau ab ha ha meine Richtung gut dann nehme ich die Richtung hier also ich buddelt es Richtung Süden oder warum eigentlich jetzt die ganze Folge nur buddeln oder warum immer wieder so nach Hause keine Ahnung ja das ist eure Sache 14 Diamanten habe ich also fast wie ihr die raus die du äh verbuddelt hast ne ich hab da schon alles wieder raus mehr als das was hatte ich nicht ich hatte eine Spitzhack äh ich hatte eine Schaufel und eine Spitzhack und nicht ja und eine Spitzhack ist jetzt beim buddeln verbraucht ne fast die Hälfte ich buddere nur mit Eisensachen rum weißt du schlecht ne schon wieder die haben auch gefunden das war meine eigentlich nur weil ich jetzt hier weg buddeln ne ich war hier vorhin schon mal und ich hab gedacht ne kam Bock da unten zu buddeln und dann bin ich jetzt wieder dahin schlecht warum finde ich denn sowas nicht ja auch jetzt einmal die haben gefunden dann wollen wir aber Frauenfeindlichkeit gleich ganz schnell ja die Spiele sind Frauenfeindlichkeit womit ich weinen wir auch schon mal ach einfach weiter komm und wo bist du jetzt hin ich buddeln mich Richtung Süden oh das ist eine zu tief ich muss wieder eine hoch was ist das da? Lapis Lazuli wenn wir denn sowas haben das ist das unnützeste was es bei Minecraft gibt oder? Lapis Lazuli ich glaube das heißt Lapis Lazuli ja ja ich sag da immer schon gar nichts mehr wenn der Alex was sagt ist furchtbar gell ich weiß ne ich sag aber ich weiß der lernt dort eh nicht deswegen sag ich dann schon nichts mehr ne lernt der auch nicht schrecklich dem sein deutsch und alles also sprachlich ist er wirklich ne null ne absolute null nochmal oh Alex achso warte nix abbauen Lena ich hab schon weil interessiert mich ja überhaupt nicht ne das geht nur darum da drunter ist überall Lava wir wollen unseren Kunden ja nicht verlieren hier haben die Diamanten oder was? ja ich brauch immer noch die Diamanten ab die ich gerade gefunden hab so jetzt bin ich fertig weil die war komplett mit Lava drunter oh du armer ja ich armer aber jetzt habe ich 18 Diamanten dafür fahr mich Redstone ja egal ich hab vorher ein ganzes Redstone Areal auszulegen 40.000 Quadratmeter ja egal in unsere Pyramide brauche ich alles in Redstone rein einfach nur Leitungen Menschle ich mag dich auch Alex wir haben Wege gefunden miteinander auszukommen ich bin mir noch nicht so sicher 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 Leila steht vollständig in der Badewanne Lapis Lazulis also es tut mir leid ja da reg ich mich schon mein Leben lang quasi sein wie ich dich kenne 2 Girls 2 Girls in the Cup 2 Girls in the Cup ok das war Unwissen halt das hat ja nichts mit schlechtem Deutsch zu tun das war einfach nur schlecht das war genial 2 Girls in the Cup ah das kann nicht wahr sein ist mir in Lava gefallen oh nein Menschle wie fattest du 18 Diamanten mhm jetzt kannst du mal von vorne anfangen ja weißt du was lustig ist du willst nie wieder gehen erstmal das ne ich bin ja auch komplett verbrannt ach so also man kann jetzt nicht das aufheben ne ich hab immer ein Wassereimer mit extra für sowas und normalerweise wenn man in Lava reinfällt und Wasser unter sich macht ist man gelöscht ach ja wie schön und dann äh und gut ich hab den Death Point ne aber der ist äh wo ich hier bin 1400 Meter weit weg am Spawn also äh wollte ich doch zu uns hin ja ich geh in Game Mode da kenne ich nix wollte ich einfach zu mir hin also du bist glaub ich am nächsten ich flieg jetzt einfach ich bin ja schon da ähm ja was willst du nix die Diamanten werden weg sein wahrscheinlich das ist so behindert mich riecht das einfach nur gerade so auf weil halt meiner Meinung nach ist das einfach fail ich hab nen Wassereimer unter mich platziert also Wasser wieso? aber nur mitten in der Lava oder? hä? mitten in der Lava? ne so am Rand manchmal verdunst du das Wasser auch spontan ne ich bin aber unten drunter gebuckt weißt du wie ich das mein? äh ne jetzt grad nicht so so wie ich das ich kann das jetzt grad nicht richtig beurteilen ich seh's ja gleich ich komm mal an die Stelle zurück meiner Meinung nach wird das wahrscheinlich so in etwa gewesen ich hab ne Schlucht gefunden ähm die wahrscheinlich sogar mit unserem Cave verbunden sein könnte aber wenn das nicht sogar ein bisschen weit weg ist ähm ist halt für mich jetzt gerade so gewesen als wenn ich jetzt unter dem Obsidian gelandet wär das ist äh doof da hatte ich quasi das Wasser umgebracht anstatt dir zu helfen mhm oh Diamanten boah kennt er dann diese Lustlosigkeit die einem dann übermannt so überfällt wenn man 18 Diamanten gefarmt hat du musst auch aufpassen Junge ich hab auch im Wirklichkeit hat er noch gar keine Diamanten gefunden und jetzt äh doch das kann ich bestätigen merkt er dass er ähm das bald zugeben muss und dann sagt er ah ja ja das ist auch scheiße ich spring nicht mal in die Lava dann merkt er das nicht da so viel Sinn in der Aufnahme ne ja ja durchaus ich bin vermisst mit boah ist das schlecht ne ich bin ja gerade ähm boah ist das schlecht ich war noch nie so angetan vom Game Mode und dann wärst du eben den Kanal nicht gegangen, den Graben habe ich jetzt zurück und dann wärst du nach rechts gegangen, hinter deinem Kanal her aber ich seh schon wieder unter den ganzen Videos, ah du hast da und da Diamanten übersehen mhm das brauchst du mir nicht unterschreiben weil ich werde diesen Käfen nie wiederfinden ja und das hier das ist Lapislazuli und kein Diamant Lapislazuli ist das in der Mitte fresse 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 ich hab einen Cave gefunden cool einfach mal durchbuddeln kommt man auch in den Cave an seht ihr Leute so macht man das ah hier ist mein Wasser man muss nur lange buddeln hier ist also mein Wasser oh lol hier ist eine Mine ich hab auch gerade eine Mine gefunden ein Schleim bringt das was du warst gerade an meiner Nähe ich hab deinen Namen gerade irgendwo gelesen ja ha hier ist also mein Wasser was ich gesetzt hab jetzt brauchst du nur deine Items mhm eigentlich brauchst du deine Items gar nicht ob du findest die 18 Diamanten das ist mein Wasser aber hier war schon der Mensch lieber bestimmt schon hier wieso in der Mitte sind auch so voll also ich reg mich gerade nur darüber auf dass mein Wasser noch da ist ich aber nicht das ist so unlogisch ne oh da gehts runter boah ich geh gleich in Rage Mode Rage Mode und dann 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 dann